Das ist in den Jahren, hast du auch die Schlafzucker? Ja, ja. Das ist aber auch mal so. Ja, wir haben es noch mal so. Ich habe trotzdem eine Lose, ich bin zu Hause. Ich habe zu meinem Kollegen gesagt, ich habe eine Kreuzgebrüche gesehen, ich wollte ein Stück Rinder geben. Ich wollte eigentlich, aber es dann wieder nachlesen. Was dabei? Nichts, nur das Rinderpüche. Warum hast du nichts gesehen? Weil wir sind kaputt, weil wir das schon wieder vergessen haben. Wir wissen genau, wie wir da essen. Ich habe dir das schon mal gesagt, wenn du das möchtest. Ich habe dir das schon mal gesagt, so ungefähr 40 mal 15. Das erinnert mich, warst du das nicht? Der hat dir mal erzählt, dass du konntest, entweder konntest du Heintje nicht mehr hören, oder keine Schokolade mehr sehen. Und du irgendwann keine Brötchen mehr sehen kannst. Und du kannst den eigentlich nicht so toll, bis nach Hause geguckt, dass sonst Protest einhört. Das war da was. Mit Mama. Ja, wir haben doch gesagt, wir wollen nur gucken. Ich bin mal auf dem Weihnachtsmarkt gucken, ob die da nicht was haben. die da nicht so viel passivieren. Die brauchen wir. Die brauchen wir. Ja, der Gedanke ist auch nicht, der... Sie hat den auch. Er hat den auch. Er hat ihn. Aber er hat auch so einen. Er hat auch so einen. Stahlblatt. 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 Aber ich möchte gerne mal da gucken, weil die haben teilweise was aus Merino-Rolle. Ja, ja, genau. Vielleicht haben die so etwas gebraucht. Aber ich meinte, er wäre weiter oben gewesen, wo wir die Brötchen sind. Nein. Ich glaube, im Mittelteil. Wo deine Menschen sind. Sind die nicht da, wo du auch... Ja, ja, ja. Sind die nicht auch da, wo du die Erdbeeren kriegst? Oder der Blühwein? Ja, der Paulskirche. Ja, der Paulskirche. Bei der Paulskirche. Da will ich gerne mal gucken. Sie haben eigentlich gedacht, dass es gut kommt. Da werden wir mit. Ich erinnere mich nicht dran, dass du sie mitgenommen hättest. Wahrscheinlich. Aber wir werden mal gucken, dass du was kriegst. Weil wenn es gut ist, wenn es nicht zu teuer ist, dann nehmen wir zwei mit. Hat er gesagt, dass es im Adler geht? Oder sag uns Bescheid, wir gehen nicht weg? Nee, ich weiß nicht. Aber es ist ja auch nicht weg. Aber es ist ja auch nicht weg, wenn es nicht weg ist. Aber da ist es nicht weg. Aber ich will dann auch mal gucken, wie du sagst, weil es aussieht. Und schätze ich auf was für dich. Und ich kann ja noch mal Plastik, das ist schätze ich auf was für dich. Das eine ist, dass du noch zu besitzen kannst, ich habe eine Wiesjacke für dich. Und Mama hat mit Pullis mitgegeben, die dicker sind. Dass du erstmal was hast. Dass du erstmal was hast, wenn du zu Hause bist. Der hat doch umsonst gekauft. Das war ja richtig billig. Früher, er zieht die. Lass dir mal die Ruhe erzählen. Die nächste Woche hol ich sie. Nein, es geht darum, wenn du nach Hause kommst, dann ist gut. Mir geht es darum, wenn du nach Hause kommst. Ja, es geht darum, wenn du nach Hause kommst.